Willkommen in diesem eleganten Sportvan S-Max Titanium. Wir freuen uns über den Besuch bei Autos Bissmann. Der Motor dieses S-Max ist Schadstoff haben Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Der günstige CO-Ausstoß und der Partikelfilter bescheren eine günstige Steuer. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und anklappbar. Die Karosserielinie wirkt muskulös und sportlich flach. Abgedunkelte Scheiben hinten und Chromleisten rundum runden das Bild ab. Schicke 17 Soll-Leistmetall-Felgen und erstreichen den Sportcharakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die bequemen Sportsitze bieten viel Halt und sind auf längeren Reisen sehr bequem. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Für Ihre Sicherheit sorgen sieben Airbag, ABS, ESP, Nebellampen vorne und das LED-Tagfahrlicht. Die automatische Klimaanlage sorgt für bestes Wohlfühlen. Zum CD-Radio von Sony gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Dieser S-Max verwöhnt mit vielen weiteren Luxusausstattungen, die hier gar nicht aufgezählt werden können. Damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie, europaweit. Auf Wunsch auch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Kommen Sie vorbei und fahren Sie in Probe. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss!